Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sollte er scharf stellen. Wir haben es mit vereinten Kräften geschafft, ihn durchzutrennen und ich wollte ihn abschneiden, aber wir haben ihn intelligenterweise nur nach hinten geschoben und der Weg ist jetzt frei zum Anton-Procksch-Institut. Oder Rudolf Procksch, bitte. Ende! Udo-Procksch! Schau, das nix morscht, der sollt noch raus ein bisschen. Ja, der war ordentlich im Saft. Aber jetzt freuen sich einige Wanderer und Mountainbiker. Haben wir ein gutes Werk vollbracht. Ende! Jetzt können wir uns vollgarten.